Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, NotamMA. Die Pressekonferenz von Islam Makhachev und Alexander Volkanovski ist vorbei. Das UFC-Event werden wir morgen Abend sehen. Da werde ich nochmal ein genaues Video darüber machen, beziehungsweise morgen Nacht natürlich. Und ja, ich muss sagen, die Pressekonferenz war auf jeden Fall intensiv. Wir hatten hier einen Islam Makhachev, der kontinuierlich von den Fans ausgebucht wurde. Man sieht aber trotzdem auf beiden Seiten, vor allem auf der Seite von Volkanovski, dass ein riesen Respekt da ist, auch wenn er im Vorfeld so getan hat, als wäre es nicht der Fall und als würde er Islam auf gewisse Art und Weise vielleicht einfach unterschätzen. Er hat wirklich gesagt, ey, das ist eine Challenge, die ich wirklich in Kauf nehmen muss. Das ist eine Challenge, die da ist und die ich respektieren muss. Und es besteht immer ein Risiko, ja. Also ich werde auf jeden Fall nicht über Islam hinweg schauen und dann denken, ey, ich kann mir den dritten Titel irgendwie im Weltergewicht holen oder so. Ja, weil da muss man wirklich sagen, ey, Volkanovski würde da auf jeden Fall schon deutlichere Probleme haben. Stellt euch mal vor, ein Hamza gegen einen Volkanovski wäre schon krass im Weltergewicht. Aber müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie das Ganze ausgehen wird. Er darf auf jeden Fall nicht über diesen Fight hinweg schauen. Islam Makhachev wurde kontinuierlich von den Fans in Australien ausgebucht. Er sagte, ey, ich mag die Crowd, ich mag es in Perth in Australien zu sein, aber tut mir leid für euch, Leute. Ihr könnt ihm leider im Oktagon nicht helfen und da wird sich dann letztendlich auch zeigen, dass ich die Pound-for-Pound Nummer 1 bin und das auch holen werde, das auch sein werde. Und genau das strebt er an. Genau das will er bei diesem Fight beweisen. Ein Kommentator hat noch gefragt gehabt, ey, wie ist es in Habibs Schatten zu stehen? So leicht provokant. Viele australische Journalisten natürlich auch in diesem Sinne und er sagt, ey, das interessiert mich nicht. Das Einzige, was mich interessiert, das Einzige, was für mich gerade an höchster Stelle steht, ist Pound-for-Pound Nummer 1, der beste Fighter auf diesem Planeten zu werden und das will ich machen. Genau deswegen bin ich auch in Australien, genau deswegen bin ich hier und genau das ist das, was mich anreizt. Genau das ist das, was mich anstrebt. Ja, und letztendlich haben die beiden natürlich ihre Ansagen getätigt, sagen, ey, ich bin da, ich werde ihn ausknocken, ich werde es einfach aussehen lassen, sagt der Islam. Und er sagt halt, ey, er hat einfach nicht das Skillset, was ich habe. Ich weiß, was ich darauf habe. Ich weiß, was ich hier leisten kann, ja. Ich weiß, dass ich kein Max Holloway bin, der ihm einfach nur verfolgt im Oktagon oder kein Korean Zombie, der unkontrolliert nach vorne läuft. Ich weiß alles ganz genau durchdacht. Ich bin auf einem anderen Level und das werde ich Wolkonowski zeigen. Wolkonowski auf der anderen Seite hat natürlich den Crowd-Bonus, ja, hat die ganzen Fans auf seiner Seite. Das ist nochmal eine extra Motivation und die sagten selbst, ey, wenn er diesen Kampf noch gewinnen sollte gegen Islam, könnte er der, ja, erste Australier sein, der das alles erreicht hat, ne. Und in diesem Sinne halt auch einfach wirklich der beste Sportler für Australien. Ist eine krasse Sache. Die beiden haben sich respektiert beim Face-to-Face, alles sportlich. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei Notime MMA.